Hallo und herzlich willkommen zurück zu die GD3 mit meiner fünften Staffel und der nun 58. Folge. Heute in der Vorproduktion am 21.12. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Boris Walter. Denn der Boris hat am 14.03.21 ein öffentlich schichtbares Abo auf YouTube hinterlassen. Herzlichen Dank dafür mein Lieber, du warst Herz Nr. 443. Der Boris verschwindet wieder und ich starte auch den Timer und muss mal ganz kurz abpusten. Und dort sehen wir gerade frisch in der Früh, Moment, im Jahre 14.01 im Sommer, wie unsere schwangere Frau Sandra frisch aus dem Schlafzimmer kommt. Die ist nämlich selbstständig schlafen gegangen, denn ich habe sie nicht beschäftigt. Das ist natürlich blöd, das werde ich mal ändern. Vorher wollte ich euch nochmal ganz schnell zeigen, ich habe vergessen. Hier gibt es noch einen Extra-Button, Innenansicht verlassen. Habe ich vergessen, sorry, jetzt habt ihr es gesehen. So, ich werde das Gebäudemenü öffnen und ich möchte jetzt nicht mehr diese Tätigkeiten, sondern es soll bitte gerühmt werden. Da gehe ich wieder auf 1 zurück. Es sollen später auch irgendwann mal, wenn wir Kinder haben, gejagt werden. Also Ratten gejagt werden. Steine werfen möchte ich nicht machen, das macht wieder unbeliebt. Bewerbt eure Betriebe, lasse ich auf jeden Fall hier drin. Gehe raus und spiele für die Kinder später, sehr gerne. Vorklechte anspornen, nehme ich diesmal wieder mit rein. Andere etwas vorlesen für die Kinder, natürlich, auch wenn unsere Kinder noch nicht mal in der Schule gewesen sind. Gardisten ablenken, lasse ich mal raus, weil ich nicht weiß, ob das Beliebtheit kostet oder nicht. Betteln kostet auf jeden Fall. Ansehen, lasse ich raus. Bei den Nachbarn entschuldigen, das nehmen wir auf jeden Fall rein. Wenn sie dann doch mal schalkig gewesen sind, also einen Schalk gemacht haben, einen Scherz gemacht haben, einen Streich gespielt haben, sollen sie sich dafür auch entschuldigen gehen. Und zur Strafe sollen sie auch auf den Marktplatz helfen gehen, während die Erwachsenen sich weiter darum kümmern, die Betriebe anzutreiben. Die Arbeiter anzutreiben. Und jetzt sage ich mir natürlich noch, dass unsere Sandra hier angestellt sein soll. Mit Escape verlasse ich wieder das Menü und gehe aus der Innensicht raus. Es ist stockduster, aber guckt euch mal bitte diese Nachtansicht an, ja? Ich mache mal Panoramamodus, so. Sieht das nicht hübsch aus? Also ich finde es hübsch. Mir gefällt es. Wenn ich jetzt auch in die Innenstadt gehe, in die Altstadt, Moment, muss ich wieder anders. Den Winkel ändern hier. Ist auch ein bisschen weihnachtlich, so irgendwie, ne? Also wenn ich das hier so als Spieler so betrachte, kennt ihr noch diese Räucherhütten? Diese kleinen, ich weiß nicht, ob man die wirklich Räucherhütten nennt. So ähnlich wie die Räuchermännchen zu Weihnachten, wo man diese kleinen Rauchstäbe reinstellt. Oder diese ganz kleinen Zäpfchen sozusagen, die man anzündet, die dann ganz doll rauchen. Die man da reinstellt und dann stüttet man oben drauf das Haus drauf und da kommt überall Rauch raus. Daran erinnert mich das irgendwie. Schön verspielt, schön liebevoll gestaltet. Kann man ja anders sagen, ne? Auch schön festlich geschmückt hier vorne, der Wochenmarkt. Finde ich schön. Aber gut, wir gehen mal wieder zurück zum eigentlichen Tagewerk. Ich kann dich gerade unmöglich weg. Ja, sorry, ich wollte dich gar nicht anwählen. Ich wollte ihn anwählen. Denn der Robin hat schon wieder die ganze Nacht hindurch fleißig gearbeitet. Hat auch schon einige Sachen in den Verkauf gegeben. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich sogar ein kleines bisschen Geld schon verdient. Ja, das sind schon einige. Ne, Quatsch, das war durch den Verkauf, durch den manuellen Verkauf. Ah ne, es sind doch noch keine Kämme verkauft worden. Okay. Ist jetzt aber auch nicht schlimm. Denn Fuhrknechtin Anne läuft jetzt noch erstmal los und holt weiteres Holz. Und wir haben auch noch nicht die Produktion... Doch, wir haben die Produktionsmenge erreicht eigentlich von zwei... Hm. Äh, Verkaufsmenge. So, fürs Verkaufslager. Apropos Verkaufslager. Ich gebe jetzt hier natürlich auch wieder meine üblichen 5% Rabatt drauf. Bevor ich später vergesse, auch für die Gehstöcker, falls ich die überhaupt herstellen sollte. So. In der Produktion selbst sieht es soweit okay aus. Ich denke, wir können jetzt auch unserem Robby einen fleißigen Helferlein dazustellen. Oder Helferin, in dem Fall ist Josefine. Dann kann sie nämlich schon mal die Bretter herstellen, die der Robby braucht, um daraus die Kämme herzustellen. Das Rezept selber ist noch nicht verändert worden. Wir brauchen immer noch drei große Bretter, um einen kleinen Kamm herzustellen. Okay. Na gut. Bei der Dingsing-Frage. Wird noch geändert, bestimmt. Hoffe ich. Aber das sind so Kleinigkeiten, ne? So. Was können wir ansonsten tun? Wir könnten eventuell hier mal gucken, ob sie das auch könnte. Genau. Unsere liebe Sandra ist nämlich in der Lage, genauso wie alle anderen Dynastie-Mitglieder, Aufmerksamkeit zu trainieren. Oder die Klugheit zu trainieren. Oder das Geschick zu trainieren. Oder die Stärke zu trainieren. Ich lasse sie jetzt mal die Klugheit trainieren. Bei uns zu Hause. Ja, da musst du jetzt leider wieder zurücklaufen. Du läufst jetzt aber nicht langsam, oder? Breche die Maßnahme nochmal ab und lauf schnell. Ja gut. War ich jetzt selber dran schuld? Normalerweise macht man das ja, wenn sie schon direkt im Haus ist und da muss sie ja nicht schnell laufen. Und da läuft sie langsam. Da muss sie ja nicht rennen. Ne? Von daher. Können wir aber nochmal schön die Gelegenheit nutzen, uns nochmal schön die Innenstadt hier anzugucken. Ich finde es auch sehr schön gestaltet hier auf der Karte in Köln. Mit diesen kleinen Statuen und alles ringsherum. Und den unterschiedlichen Blickwinkeln. Äh, nicht Blickwinkeln. Die unterschiedlichen Höhen in der Stadt. Wodurch man wiederum andere Blickwinkel bekommt. So rum. Wow, Vorsicht! Rechts vor links! Wird Zeit für eine Straßenverkehrsordnung hier. So, auf der Brücke wird nicht ausgewichen. Oh! Okay. Scheint noch nicht zu 100% zu funktionieren. Weil sie ist jetzt Angestellte, ne? Es hieß ja eigentlich in den Patchnotes, dass das immer bei Angestellten passieren soll. Ach, oder es war gemeint, dass sich die Angestellten eines des selben Betriebes nicht mehr gegenseitig blockieren sollen. Oh, da hat gerade eine andere Dynastie jemand angeworben, mehr oder weniger. Finde ich aber auch schön, dass man jetzt auch die Dialoge der anderen Leute hört. Da erkennt man dann schon immer gleich, was da eigentlich gerade gemacht wird, ohne dass man auf die Person draufklicken muss. Da wissen wir jetzt schon mal, dass irgendeine orangene Dynastie jetzt gerade dabei ist, sich einen Mann anzulachen. Wer könnte das sein? Ich glaube, die war das. Die junge Dame hier könnte es sein. Aber Moment, die ist verheiratet. Ah, na gut. Ich will da mal nicht so konservativ sein, ne? So. Und jetzt sage ich ihr aber das, was ich eigentlich sagen wollte. Sie soll die Klugheit trainieren. Das dauert dann jetzt auch tatsächlich ein Weilchen. Und ihr seht auch schon, sie nimmt sich auch richtig ein Buch in die Hand. Lernt lesen oder hat schon lesen gelernt und liest jetzt. Das dauert jetzt hier ein kleines Weilchen. Dann bin ich mal gespannt, wie lange dieser Effekt dann anhält, den sie dadurch bekommt. Und in der Zeit kann man es auch kurz durchlesen. Mit dieser Maßnahme könnt ihr eure Klugheit in einem eurer Wohnhäuser trainieren. Okay. Sie hat jetzt eine Klugheit von... Drei. Schauen wir mal. Wir ziehen es mal durch hier mit dem Vorspulen. Es dauert nämlich ein ganzes Weilchen. So, Geld haben wir auch schon dem Weil verdient. Oh! Das war laut. Oh! So. Sie ist jetzt glücklich verheiratet. Hatte einen Bonus gehabt. Und Klugheit trainiert für ingame zwölf Stunden. Wie viel? Ein ganzer Punkt. Glücklich verheiratet? Was bringt jetzt glücklich verheiratet eigentlich? Hm. Oh, der Ehrliche kusselt aber lange an. Äh. Ich glaube glücklich verheiratet, so wie es hier steht, hat jetzt nicht unbedingt eine Auswirkung hier. Ich sehe es zumindest nicht. Normalerweise alle Sachen, die beeinflusst werden, ob nun negativ oder positiv, werden ja grün oder rot angezeigt. Also rot bei negativ, grün bei positiv. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gewollt ist. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist sie jetzt trainiert. Sie ist jetzt ein bisschen klüger und sie wird die Arbeit wieder aufnehmen. Denn wir wissen ja, bei vielen Maßnahmen, vor allem die, die Einflusspunkte und Ansehen bringen, sind der Klugheit und Charisma sehr entscheidend. Und da sie auch noch gleichzeitig einen 10%igen Ansehensbonus hat durch ihre Kleidung, die sie hier trägt, ist es natürlich sehr hilfreich. So. Wir verlassen wieder die Innenraumansicht und ich lasse wieder die Zeit normal laufen. Und wir gucken mal, wie es mittlerweile im Betrieb aussieht. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Oh, hier steht sogar eine Haubizze drauf. Nicht nur Kanone, das sehe ich ja jetzt erst. Hä? Aber hier drüben waren noch Kanonen, oder? Ja, hier sind Kanonen. Ah, unterschiedlich sogar. Aha, aha, aha. Okay. Ja, kann man mal machen, ne? Hier fehlt übrigens eine. Ähm. Wie sieht es im Betrieb aus? Im Betrieb? Ist sehr viel Holz gelagert. Aufgrund dessen, dass ich hier eine Bestellmenge von 60 drin habe, hat sich die Fuhrknechtin Anne wieder nur daran gehalten. Finde ich ein bisschen doof. Mache ich jetzt mal 20 draus. 20. So. Bestätigen. Geht übrigens auch, wenn man hier oben reinklickt, kann man hier auch selbst eine Menge anpassen. Eine zweistellige nur. Ne? Ihr seht's. Ich lasse es aber bei 20. Und im Lager wiederum muss ich jetzt natürlich auch mal langsam sagen, was, wie, wer, wo eigentlich passieren soll. Kämme sollen nicht bis uns endlich hier lagert werden. Die sollen wirklich komplett immer gleich rausgehen. Für die Kämme selbst benötigen wir Eichenholzbretter. Die Eichenholzbretter, wo sind sie? Hier. Sollen bitte 20 immer auf Lager liegen. Mindestmenge und maximale Menge. Die holt jetzt schon wieder Holz. So schnell bedingt doch ja nicht. Mindest und maximal jeweils 20 versuche ich ihr zu sagen. Mal gucken, ob sie sich nun dran hält. Dann wird sie nämlich in nächster Zeit erstmal nicht so schnell wieder einkaufen gehen. Sondern bloß noch verkaufen. Was ja für uns sehr positiv ist, wenn ich auf die Taler schaue. Wir brauchen nämlich mehr Verkauf. Und erst wenn wir mehr Verkauf haben, kann ich auch mehr Erweiterungen dazu kaufen. Also diese Erweiterungen hier. Und zum Beispiel mit den nächsten 600 den nächsten Arbeiter zu holen. Obwohl, ich sehe gerade, eigentlich könnte ich schon den Perk dazu holen. Und dann spule ich sogar frecherweise mal ein bisschen vor. Jetzt hat die Anne noch 20 weitere gekauft. Das ist aber nicht nett gewesen von ihr. Äh, gut, okay. Sie waren auch nicht im Betrieb, um zu gucken. Äh, das wäre jetzt doch nicht mehr so viel. Oh, das ist aber schön. Jemand mag mich. Wer denn? Radebrecht, Ulrich. Kriegt einen Pluspunkt. Es wird wieder kurz ruckeln bei euch, weil ich mal kurz raustappe. Radebrecht. Ein Pluspunkt. So, jetzt bin ich wieder drin. Das ist aber schön. Das ist nett. Freut mich. So. Wieder ein bisschen aufgeräumt, unsere Nachrichten. Und ich wollte ein bisschen vorspulen. Damit wir mal gucken, was die Anne gleich machen wird. Jetzt nimmt sie die drei Kämme mit, nachdem sie noch die restlichen 40 Holz abgeladen hat. Und gleich kriegen wir wieder Geld dran. Jetzt haben wir wieder Geld. Und zwar auch nicht wenig, denn die Kämme, die bringen holladieweit. Ihr guckt euch das mal an. Schön. Holen wir jetzt noch einen Angestellten dazu. Der kostet mich nämlich 350, weil das ist ja ein Gebäude, was bis zur maximalen Stufe aufwertbar ist. Da kosten die Angestellten einfach ein bisschen mehr beim Anwärmen. So. Und die Anne rennt wieder los, verkauft die nächsten Kamm. Sehr schön. Wie sieht es denn aus mit Gehstücken? Vom Preis her. Das sieht eigentlich sehr stabil aus, wie ich finde. Wenn ich jetzt noch Wolle und Leder kaufe. Die Eichenholzbreiter stellen wir ja selber her. Da haben wir ja auch geringe Einkaufskosten. Relativ geringe, sage ich jetzt mal. Wolle und Leder. Gucken wir uns das mal auf dem Markt an. Was sagt der Markt dazu? Wenn ich jetzt hier Wolle eintippe. Ah, da haben wir schon gepfeffertere Preise von 20. Und wenn ich Leder eintippe. 39. Ah. Da machen wir deutlich weniger Gewinn dran. Da machen wir deutlich weniger Gewinn dran. Deswegen würde ich sagen, das lasse ich mal doch. Mit den Kämmen sind wir eigentlich erstmal ganz gut bedient, bis wir halt mehr Betriebe haben. Die Julia ist geboren. Sie hat die Kraft ihrer Mutter geerbt. Ein wenig Geschick und Klugheit von mir. Aufmerksamkeit hat sie definitiv nicht geerbt. Charisma ebenfalls. Sie ist widerstehend. Gifte und Krankheiten können euch kaum etwas anhaben. Sie prallen einfach an euch ab. Ja, schön. Okay. Na, wenn das so ist, dann schicken wir die Sandra mal nach Hause. Was macht sie eigentlich? Und wo ist sie? Sie steht hier draußen rum. Ach, ich hab... Ach. Ich hab am Anfang der Folge natürlich wieder einen klassischen Fehler gemacht. Dreimal dürft ihr raten, welchen? Das Wiegebäude gehört jemandem. Achso, ich hab das Falsche angewählt. Sorry. Den hier hab ich vergessen. Blöderweise. Na. So, Robin ist gleich fertig. Find ich gut. Geh nach Hause. Ja, er eilt schon und er rennt. So. Es gibt natürlich wieder ein Küsschen vorher. Ich muss es nur finden. Hier. Küsschen. Schmatz. Sehr schön. Und viel Spaß, ihr zwei. Jawohl. Ach, da flippen sie. Da rennen sie, ne? Bei allen anderen Tätigkeiten im Haus laufen sie, als wenn es kein Morgenstück. Gehen würde. Und wenn es aber um diese Tätigkeit geht, da rennen sie. Ah ja. So sind sie, die Schlawiner. Na egal. Wir kümmern uns mal in der Zeit um die Tischlerei. Denn, ich hab gesehen, wir haben jetzt doch schon wieder ein schönes Sümmchen verdient, was mir sehr gut gefällt. Hm. Ich muss noch mal gucken. Talentebuch. Durfte ich mich jetzt schon auf irgendwas bewerben? Ich glaub nämlich noch nicht. Ah doch, ich darf schon. Oh. Dann mach ich das mal. Total vergessen. Äh, da. Informant. Oder Torwächter. Ich will den Torwächter. Da bewirbt sich nämlich grad niemand drauf. Ich kann gerade nicht. So. 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 Hier steht es schon, dass sich da jemand drauf bewirbt. Und das ist die Irene Biermann. Bevor die hinterher sauer ist und mir noch irgendwo eine Falle stellt, deswegen versuche ich mich erstmal nur am Torwächter. Wann ist die Wahl? Die ist 14.02 Uhr um 13.55 Uhr. Okay. Also in der nächsten Folge dann wahrscheinlich. Obwohl. Ja, vielleicht schaffen wir es noch diese Folge. Mal gucken. Wir haben hier den Termin. Wunderbar. Und gleichzeitig ist unsere werte Frau Gattin wieder schwanger. Ja. Robin, du nimmst die Arbeit wieder auf. Ja. Und die Sandra ebenfalls. Obwohl, sie könnte sich nochmal boosten. Jetzt steht hier wieder glücklich verhalten. Ach. Ach. Das ist der ehrliche Kuss. Ich verstehe. Das ist. Wo ist es denn? Fruchtbarkeitsbonus. Ehrlicher Kuss. Das ist glücklich verheiratet. Ich verstehe. Aha. Okay. Aber hey, guck mal hier. Fruchtbarkeit 105%. Obwohl es schon ein Kind hatte. Ich erinnere mich doch noch an andere Aufnahmen, die wir hier gemeinsam erlebt haben. Wurde schon deutlich schneller an die. fliegezwungen wurde. Ich glaube, sie wird nochmal trainieren. Die Klugheit. Ja. Äh. Ach so. Anzeigefehler. Apropos. Ihr seht jetzt hier auch endlich wieder. Eine andere Form von Fortschrittsbalken. Für die Maßnahmen. Und zwar. Im Uhrzeigersinn füllt sich das hier. Es war sehr, sehr lange Zeit. So. Das kennt ihr vielleicht noch. Dass das von unten nach oben ging. Davor wiederum möchte ich glatt behaupten, war es wiederum so, wie es jetzt ist. Und das haben sie wohl angepasst. Hier geht's beim Betrieb. Mein Betrieb geht's ganz gut. Ja. Hat auch funktioniert, dass die Anne nicht mehr einkaufen geht. Sehr schön. Ich sage jetzt allerdings mal in den Erweiterungen, dass ich auch sehr gerne mehr Kundenzufriedenheit hätte und Produktivität. Fünf Prozent mehr Produktivität. Dann sind sie ein bisschen schneller. Und Kundenzufriedenheit um zehn erhöhen. Zack. Hier steht's schon. Dann gehen wir wieder in die Produktion. Und dann sehen wir auch schon, es hat sich auch entsprechend schon ausgewirkt. Sehr schön. 15 Prozent mehr. 15 auf die 90, die er vom Grundwert her hat. Sein Grundwert, liebe Zuschauer, richtet sich nach dem hier, nach dem erlittenen Schaden tatsächlich, auch seiner Stufe, Geschick und Klugheit. Und da ich ja sowieso Klugheit und Charisma sehr gerne skillle bei meinen Charakteren, die ich hier gerne spiele, macht das natürlich einfach nur Sinn. Für mich. So. Es soll jetzt aber weitergehen. Womit eigentlich? Ich hab's vergessen. Verdammt. Ah. Äh. Äh. Wieviel brauche ich eigentlich für den nächsten Aufstieg? Acht satte Tausend und Fünfhundert. Okay. Das würde noch ein ganzes Weichchen dauern. Ich glaube, da gucke ich mir doch lieber eher seit langem mal wieder in die Sozialkompetenzen. Wie zum Beispiel hier den Ansehensbonus zu erhöhen. Den habe ich in den letzten Folgen komplett vergessen, liebe Zuschauer. Komplett. Glaube ich. So. Ist ja schon mal etwas. Da mit dem nächsten Geld könnte man sich nochmal ein bisschen umgucken für unsere Fuhrknechtin. Wo ist sie? Für die Anne. Könnte man ja auch mal andere Kleidung holen. Schrägstrich Zusätze holen. Mir wurde auch nochmal geschrieben unter eines der Kommentare. Ich glaube in der 52. Folge war das, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm. Ich könnte ja auch zum Beispiel einen Bronze-Armreif in dem Kesselflicker herstellen. Dieser Bronze-Armreif. Wir gucken uns den mal genauer an. Ich bin gerade verhindert. Moment. Rechte Maustaste. So. Zack. Zack. Armreif. Ach, Kupfer. Nicht Bronze. Entschuldigung. Kupfer-Armreif. Der bringt plus ein Prozent Ansehensbonus. Allerdings, soweit ich informiert bin, ist es nicht so, dass die Angestellten diesen Ansehensbonus bringen, sondern nur die Personen, die auch eine Maßnahme ausführen, die Ansehen bringen soll oder auch sogar Ansehen kosten kann, wenn sie schief geht. Oder geglückt ist. Gibt es ja auch. Es kann höchstens sein, das müsste man mal durchprobieren, wenn ich jetzt zum Beispiel Räuberlager habe und Räuberlager habe und die Diebe damit ausrüste, dass sie dann vielleicht weniger Ansehen verlieren, als sie sonst verloren hätten, wenn sie beim Taschendiebstahl erwischt werden. Zum Beispiel. Allerdings, so ein Bronze-Armreif, Kupfer-Armreif, ich weiß nicht, warum ich immer Bronze sagen möchte, den kann ich natürlich auch mehrfach an unsere Sandra ausrüsten, wenn sie dann unterwegs ist und die Maßnahmen aus dem Wohnhaus tätigt. Wir haben schon wieder 22 Uhr. Na komm, Leute, dann sprühen wir vor. Weil jetzt passiert erstmal nichts weiter, außer dass unsere... Ohne Fleiß kein... Was ist? Hier bin ich. Warum tust du schon wieder nichts? Hä? Achso! Ach, ja, ich habe sie ja trainieren lassen. Verdammt! Daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Verdammt! Jetzt habe ich sie voll die ganze Jahreszeit über nichts machen lassen. Außer sich schwängern zu lassen. Ja, okay. So, warum tut Robby nichts? Ja? Wartet auf Arbeit. Na, du hast doch Arbeit. Und du hast Material. Was gibt es? Ich ahne es. Ich ahne es. Ich ahne es. Wir gucken gleich mal genauer hin. Sobald die Jahreszeit rum ist. Wir haben eine Bestellmenge von 20. Josefin und Helmut sind bereits damit beauftragt, die letzten zwei zu produzieren. Wenn ich jetzt hier auf 25 gehe, fängt Robin wieder an zu arbeiten. Wie witzig ist das bitte? Und der Schädung gleich ausreichend Bretter her. Okay. Das ist... Ja, okay. Muss man vorher wissen, ne? Aber gut, ich würde es hier so beibehalten, wie ich es auch schon vorher ankündigt hatte, bevor jetzt so die langersehnten Updates kamen. Dass ich nach Möglichkeit einen Betrieb so hoch ziehe, dass dort nur Dynastienmitglieder drin arbeiten. Also sowohl Vorklechte als auch Angestellte. Und die anderen Betriebe, die dann würdlich Punkt 22 Uhr Feierabend machen und Punkt 4 Uhr wieder an die Arbeit gehen. Aber dann haben wir wenigstens einen Betrieb, der komplett durcharbeiten könnte. Wenn die Dynastie groß genug wird. Ich muss mal kurz einen Schluck nehmen. Moment. Entschuldigung. So. Wir können außerdem noch mal ein bisschen gucken. Ich darf theoretisch fünf Betriebe haben. Okay. Das wiederum bedeutet, ich könnte mich... 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. ... auch schon mal informieren. Kessel Flick A1250, den will ich haben. Alles für den Haushalt. Jo. Finde ich gut. Darf ich hier drin nicht bauen? Muss in einem Vorort. ... gebaut werden? Ihr werdet geachtet. Ach, das ist schön. Ich werd mal doch ein bisschen kurz verlangsamen. Wo war jetzt noch mal die Holzfäller-Geschichte? War die nicht hier irgendwo? Sekunde. Wo ist sie denn jetzt hin? Hä? War doch hier raus und dann links. Ich muss dazu erwähnen, ich hab ne Orientierung wie ne Kartoffel. Ach, Mensch, hier ist sie doch. Gut. Dann? Direkt hier vorne? Oh, wenn es hier gehen würde? Ach, ich weiß nicht. Das könnte Umland sein. Ah, das wird Umland sein. Aha. Gucken wir mal. Ob ich hier bauen darf? Der Kupfergessel. Ja, gut. Okay. Jetzt ist es ganz offensichtlich, ne? Ah, Schiete. Darf ich hier nicht bauen? Oh, so viel schöner Platz. Und ich darf hier nichts bauen? Oh, wie fies. Oh. Okay, dann muss es hier sein. Äh, was sagen die Konkurrenten hier? Es gibt hier tatsächlich... Es gibt hier tatsächlich... Oh. Sogar einen direkten Konkurrenten. Okay. Ne, 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 ne. Ich will es mir nicht verscherzen mit allen. Hier gibt es ein Räuberlager. Aber ansonsten... Noch einen Totengräber. Gut, okay. Totengräber ist in Ordnung. Ne, dann versuche ich das Ding hier zu bauen. Nicht nur Tant. Kupfer und Kiefernholz. Äh, zum Kupferkessel. Hat mir sehr gut gefallen. Zack. Darf ich das hier irgendwo noch reinquetschen? Was, wie? Hier? Ach, das ist gar kein Gebäude. Das ist nur Deko. Ach so. Äh. Ja. Sorry, Kühe. Ihr müsst weichen. Ich baue jetzt das Ding nicht würdig mitten im Gehege, oder? Aber die Kühe gleich hinten dran. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. What? Erstmal jemand achtet uns. Raderberg. Radebrecht war vorher, okay. Ist Raderberg ein Dynastienname? Moment. Oder ist Raderberg ein Ort? Moment, jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Raderberg. Ach, Raderberg ist ein Ort. Ah, okay. Und dann ist jemand eingebrochen. In die Tischlerei. Langfinger. Aha. Sehen wir den noch? Können wir den hier irgendwo auf Rössertat irgendwo noch sehen? Das ist jetzt übel, ne? Hier, Irmtraut. Die war das bestimmt, die kleine Freche. Nee, der hier war das. Der hier war das definitiv. Okay, er hat uns nichts geklaut. Interessant. Aber den schnappen wir uns jetzt. Komm her, ihr Freundchen. Ins Gesicht jetzt. Boah, sieht schon mal ganz gut aus. Ah, jetzt habe ich auch zurückgekriegt. Aber ich habe einen Vorteil. Ich habe jetzt schon mehr Schläge an ihn ausgeteilt. Und auch teilweise richtig kritische Treffer hier, ne? Ja, immer drauf da, Junge. Du schaffst das schon, Robin. Mach ihn fertig. Wie geht's? Oh, sieht doch nicht so gut aus. Vielleicht kriege ich jetzt auch einen Kessel hier. Hey, warte mal, was? Wie? Hat der jetzt in mich angegriffen? Und ich werde gleich noch beklaut. Natürlich. Wie jetzt? Die ganze Stadt prügelt sich. Man hört es auch teilweise und alles. Aber wenn ich einen Dieb angreife, der in meinen Betrieb einbricht, dann knallt mir der Gardist Wolfgang erstmal eine. Oder der Gardist Fritz? Das höre ich euer Ernst, oder? Jemanden angreifen? Ach, warte. Kann ich doch anders gucken. Ich kann hier gerade unmöglich werden. Hier bin ich. Wenn ich sie angreifen lassen wollte, ist illegal, ja. Boah! Der kriegst hier voll auf die Fresse, wenn du einfach bloß dein Hab und Gut verteidigen willst. Puh! So. Ketzerpfleger ist fertig. Wir gucken mal rein hier. Äh. Warte. Wie, wer, wo? Achso. Warte, hier geht's auch. Ah, okay. Nee, ich wollte erstmal reingucken. Und zwar wollte ich was herstellen. Das geht für 60 raus, das geht für 108 raus und die Fackeln für 104, die natürlich immer gebraucht werden und uns nur Kiefernholz kosten. Welches wiederum... also Kiefernholzbretter, die wir selber herstellen können, wo wir nur Kiefernholz kaufen müssen. Deswegen, Fackeln. Wir gehen wieder hier auf 25 Stück. Bestätigen. Wiederholungsmodus nicht vergessen, Robin. Ach! Ja? Da fällt mir ein, Wiederholungsmodus und so, ne? Äh... Scusi. Habe ich vergessen. So. So. Wir machen hier weiter. Zack. Wir brauchen hier natürlich noch einen Vorklecht, der jetzt hier bloß 200 kostet und wenigstens schon mal einen Angestellten. Und dann sagen wir aber auch gleich schon mal im Lager, während ich die Zeit endlich wieder auf normal runterdrehe. Verdammelstarkst. Dass hier an Kiefernholzbrettern jeweils nur 20 lagern sollen, minimal und maximal, genauso wie auch an Kiefernholz. Sehr schön. Und die Fackeln. Jeweils null. Verkaufslager. 5% Rabatt. Warum gebe ich immer 5% Rabatt? Weil ich immer noch ganz fest der Überzeugung bin, auch wenn ich es nicht zu 100% weiß, dass die Leute dann a. viel lieber bei mir einkaufen kommen in der Nacht und b. dass mich das beliebter macht. So. Der Laden läuft erstmal. Die Sandra. Warum tut sie schon wieder nichts? Habe ich dich wieder vergessen? Nee. Ach, weil die Erwachsenenmaßnahmen alle getätigt wurden. Na, ich sehe schon die Kommentare, die da auf mich zukommen werden. Ich sehe sie schon auf mich zukommen. Die Kommentare in der letzten Folge war das, glaube ich, ne? Du hast vergessen, die wieder reinzunehmen. Es tut mir leid. Ich bin ein Wirrkopf. Haha. So. Unser liebster Julia wird auch groß. Stehen jetzt mittlerweile die Geburtstage da? Nee. Na gut. Oha. Die hat aber einen relativ hohen Ansehensbonus, ne? Für so ein kleines Mädchen. Ich bin gerade beschäftigt. Wenn ich jetzt bei ihr gucke. Ja. Muss ja noch groß und stark werden, die Kleine, ne? Muss ja noch Charisma bekommen und dann kriegt sie einen guten Bonus. Okay. Wir haben wieder 110 Einflusspunkte. Hier war auf dem Nachmittag, ne? Ja. Mal ein kleines bisschen überlänger heute. Ich werde jetzt vorspulen bis zum Nachmittag. Robin ist wieder erholt und geht arbeiten. Ich bin gerade beschäftigt. Jetzt switchen wir mal wieder rüber zum Betrieb. Wir können das ja mal wieder ein bisschen mehr Außenanimationen noch angucken. Kleines bisschen mehr wenigstens. Okay. Es sind jetzt eine dieselbe Animationen anscheinend. Hier ist noch eine dritte Animation, während ihr jetzt hier die Bestellliste prüft. Hier ist die vierte Animation. Okay. Also sortieren, hacken, schlagen, prüfen. Okay. Ja, lieber Timer, ich weiß. Aber da ich die letzte Folge ein bisschen kürzer gemacht habe, machen wir jetzt ein kleines bisschen länger, denn ich will noch gerne die Wahl mit euch erleben. Obwohl es dauert dann doch ein bisschen sehr lange, wa? In der Zeit könnte ich jetzt eigentlich auch mich um die Kesselflicker kümmern und alles. Pass auf, Leute. Ich mach so. Ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao. Ciao.